Musik Also als Plakopik hat man ja nirgends zu sehen sowas. Das ist auch einzigartig in ganz Deutschland oder Europa. Und überhaupt ja die Dimensionen. Da sieht man Maschinerie, die sieht man sonst eigentlich im eher kleinstrukturierten Bayern nicht so. Und da halt besonders, also es ist schon sehr sehenswert. Also die drei Highlights, die kann ich sofort benennen. Das sind die Landwirte, die Kunden, die hier sind. Und das sind die Landwirte, die Kunden, die hier sind. Und die Kunden und die Landwirte, die hier sind. Also das ist das, was mich begeistert. Und alles andere rückt in den Hintergrund. Denn wenn die Kunden begeistert sind, tun wir das Richtige. Und die Kunden gehen ja voll zufrieden mit guten Informationen nach Hause. Und haben alle ein Lächeln auf den Lippen. Und das letztendlich macht mich persönlich sehr glücklich. Musik Also das Highlight für mich ist eigentlich, dass ich heute tatsächlich die Zeit hatte, mit Besuchern zu sprechen, mit Ausstellern zu sprechen, die Stimmung einzufangen, die überall positiv war. Was uns motiviert, auch in zwei Jahren wieder nach Wadenbrunn zu kommen. Musik Wir haben die Damen und Herren ein herzliches Willkommen. Ich bin Winzer und bin beeindruckt für diese großen Schlepper. Meine haben so ein Meter breit. Die vielen Traktoren und dass sie auch rumfahren und dreschen und so weiter. Musik Die Einsatzfläche beträgt hier knapp 100 Hektar. Wir haben dieses Mal mit angeschleppt ca. 200 Maschinen in Summe. In Summe davon gut 100 Fendt Traktoren und ca. 40 Fendt Anbaugeräte. Also die komplette Fullline war hier am Start. Und der Antrag war wie vor vier Jahren. Wir gehen davon aus, dass es 50.000 Besucher waren. Wahrscheinlich waren es sogar noch ein bisschen mehr. Das Feedback ist ein überwältigendes gewesen. Viele Leute, das mache ich sowieso. Mehr um so lieber. Das war das Beste, wenn wir es bis jetzt am Morgen haben können. Das ist echt super. Also da gibt es nichts zum Bereuen. Das ist einzigartig. Wir kommen wieder, auf alle Fälle. Musik Alle schönen Dinge gehen zu Ende, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs dabei sein. Hiermit ist der 10. Fendt Welttag 2018 offiziell zu Ende. Musik 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 Musik